Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es gab diese Woche eine hervorragende Nachricht für alle Freunde und Konnoisseure. Ich habe dieses Fremdwort gegoogelt, deswegen benutze ich das jetzt in diesem Video. Aller Konnoisseure, ihr könnt selbst googeln, viel Spaß beim Schreiben. Aller Freunde und Konnoisseure von fairem Gaming auf Konsolen, egal welcher und PC. Denn mit dem neuen Playstation 5 Update, Version Schieß mich tot, Schieß mich tot, Schieß ihn tot, haben sie dafür gesorgt, dass der Kronos Zen und all diese Beiprodukte, die es von Kronos gibt, auf der PS5 nicht mehr funktionieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da für uns alle. Lange hat es gedauert und ich bin super, super froh, dass es endlich soweit ist. Für die, die nicht wissen, was ein Kronos Zen ist oder ein Kronos, ihr habt im Prinzip einen Adapter, den ihr an euren Controller anschließt. Und der Ursprungsgedanke von dieser Technologie war vor vielen Jahren mal, dass ihr eben mit jedem Controller auf jeder Konsole spielen könnt. Also mit einem Xbox-Controller auf der Playstation, mit einem Playstation-Controller auf der Xbox und so weiter und so fort. Aus dieser Grundidee, die ja gar nicht schlecht ist, ich finde das ja total in Ordnung, ist aber irgendwann daraus geworden, dass man mit diesen Kronos Adaptern eben auch Skripte raufspielen konnte. Skripte, die dafür gesorgt haben, dass eure Waffen eine höhere Feuerrate haben, weil der Controller sozusagen Eingabemöglichkeiten hat, mechanisch, die ihr als Spieler überhaupt nicht habt. Man konnte Skripte reinmachen, wie, dass ihr keinen Rückstoß mehr habt, keinen Recoil mehr habt. All solche Sachen, die ja offensichtlich Cheaten sind. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Werden Kronos benutzt für sowas, Cheatet. Ganz einfach, da gibt es auch gar keine Diskussion und da gibt es auch halt keine andere Meinung in dem Fall. Und das hier ist ja zum Beispiel ein normaler Controller, der keinen Kronos-Adapter, kein gar nichts hat, aber eben von meinem Partner, OMGM, mit Paddels hinten dran. Solche Sachen, viel geiler als Kronos, spielt ihr viel besser mit, sieht viel geiler aus. Könnt ihr abchecken, Leute, ist ein geiler Partner. Auf jeden Fall hat Sony mit diesem neuen Firmware-Update, was aktuell noch nicht verpflichtend ist für alle Sony-Nutzer, dafür gesorgt, dass diese Software an dem Controller und Adapter an den Kontrollern auf der Konsole nicht mehr funktioniert. Ob sie das reingebracht haben im Zuge dessen, dass ja Activision jetzt durch Microsoft aufgekauft wurde und eben mehr Xbox-User umswitchen, ob das was damit zu tun hat, das weiß ich nicht. Jedenfalls ist es so, dass ihr als Kronos-SEN-Benutzer keine Chance mehr habt, außer ihr verweigert das Firmware-Update aktuell, mit dem Kronos auf der PS5 zu spielen. Und auch wenn das Update aktuell noch nicht verpflichtend ist, wird es früher oder später verpflichtend sein, was bedeutet das, wenn ihr einen Kronos benutzt und ein Arschloch seid, ihr auf der Konsole damit nichts mehr anstellen könnt. Großartig für alle. Und ich weiß, es gibt in dieser COD-Community unglaublich viele Leute, die immer wieder fest starr behaupten, dass sowieso jeder Streamer damit spielt. Das einzige Argument, was man immer liest, ist, man sieht es. Man sieht es ist kein Argument für eine These. Man sieht es ist eine subjektive Äußerung, die null Grundlage hat. Und normalerweise müsste es ja so sein, dass nach diesem Update jetzt dann all diese Cheater, die mit Kronos spielen, plötzlich total scheiße sind, nach deren Logik. Oder gar kein COD mehr spielen. Aber wenn man sich dann so die ganzen deutschen und amerikanischen COD-Streamer anguckt, die eben auf der Konsole spielen, da ist es genauso wie vorher. Das heißt, da scheint es nicht so viel geändert zu haben. Aber es gibt dazu auch einen Artikel von MeinMMO und den gucken wir uns dazu einmal an. Disclaimer, ich weiß nicht, warum MeinDark-Modus auf der Seite nicht funktioniert. Es wird hell. So, hier mein MMO. Kann man für solche Sachen immer zum schnell rüberlesen eigentlich ganz gut nehmen, finde ich. Also bin ich der Meinung. Und was hier steht, was ist der Kronos? Kronos Cent ist ein Gerät, das eine universelle Controller-Nutzung an den verschiedenen Gaming-Konsolen verspricht. So ist es mit dem Kronos Cent möglich, einen Xbox-Controller an der Playstation zu verwenden. Deswegen bin ich ja der Meinung, für diesen Zweck des Ganzen finde ich es gut. Also was das angeht, habe ich kein Problem mit. Wenn jemand gerne auf der Playstation Playstation-Titel spielen möchte, aber halt einen Xbox-Controller gewohnt ist. Ich habe doch als Spieler keinen Nachteil dadurch. Aber Nintendo, Sony, Microsoft bieten das halt nicht an. Deswegen ist dafür der Kronos von dem Drittanbieter notwendig. Mit der universellen Nutzung hört der Spaß beim Kronos nicht auf. Das Gerät wird von vielen Spielern genutzt, um mit diversen Shootern wie COD und Rainbow Six Siege verschiedene unfaire Vorteile zu erlangen. Was mich da interessieren würde, wie viele aktive Spieler es denn wirklich gibt, dieses Scheißgerät benutzen. Ich habe noch nie einen getroffen beim Gaming oder sonst was, der einen benutzt oder sonst was. Ich habe noch nie einen in der Hand gehabt. Also irgendwie, es sagen immer, es sind viele, aber mir fehlt irgendwie die Basis, auf der man diese Äußerung treffen kann. Wie wurden den Nutzern ihr Vorteil eigentlich genommen? Auf der Playstation 5 ist seit dem 24. Update das Firmware-Update 8.6 bla 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 verfügbar. Dieses Update macht es Kronos-Nutzern nicht mehr möglich, die Games zu spielen und den Controller mit Kronos an die Konsole anzuschließen. Wie die Herstellers Geräte von dem Kronos auf ihrer Internetseite schreiben, werde sich der Kronos nach dem Update nicht mehr mit der PS5 verbinden, ohne die Verbindung kurz darauf wieder zu verlieren. Finde ich großartig, ist etwas, was Sony schon vor langer, langer Zeit hätte machen müssen. Jetzt, Gott sei Dank, tun sie es endlich. Damit ist das wieder ein Schritt weiter Richtung Fairplay meiner Meinung nach. Die Hersteller selbst haben noch keine Lösung für das Problem parat und raten ihren Kunden dazu, das Systemsoftware-Update der PS5 auszusetzen. Das geht natürlich nur eine gewisse Zeit. Dieses Update wird früher oder später Pflicht sein. Ansonsten machst du mit deiner PS5 nichts mehr. Mit dem Gerät ist es möglich, Maus und Tastatur in Spielen wie Rainbow Six C zu verwenden. Da geht es ja theoretisch gar nicht, deswegen ist es da extrem unfair. Ebenfalls ist es möglich, Aim-Assist-Einstellungen zu machen, Rapid-Fire-Einstellungen, Null-Recoil und, und, und. Also, die Skriptmöglichkeiten, die ihr in einem Kronos habt, sind im Prinzip unendlich, weshalb sich viele damit natürlich weg von dem Zweck bewegt haben, wofür der mal da war. Sondern, meine lieben Jungs und Middles, wirklich, um damit zu cheaten, um keinen Recoil zu haben, um weniger Aim-Assist zu haben. Es gibt so viele Sachen und da gibt es ja auch so, also, es gibt da einen, und den muss ich euch einmal kurz zeigen. Es gibt einen, das ist ein Amerikaner, der Typ ist geisteskrank und ich bin auch der Meinung, dass er sich dringend, 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 dringend untersuchen sollte. Warum wird mir das von David angezeigt und Jalina? Okay, das gucke ich ja sonst gar nicht, weil ich die auch gar nicht heiß finde und so. Er heißt, glaube ich, Bad Boy Beeman, genau. Dieser Typ, Leute, ist einer der größten Schmutzleute der Welt und er exposed in jedem Video irgendwelche Cheater, die alle Kronos benutzen, alle cheaten. Also, solche Leute ruft sowas halt leider hervor. Also, ganz schrecklicher Typ, denn das ist schrecklich. Auf jeden Fall hat dieses Update fast nur positive Seiten, Seiten Sony für Playstation-Nutzer, also für euch, für mich, ich spiele auch auf der Playstation. Der einzige Nachteil daran ist, dass jeder, der zum Beispiel ein Singleplayer-Game mit dem Kronos spielen möchte, weil er, es gibt ja manche Titel, die halt Sony-exklusiv sind und Microsoft-exklusiv. Diese Leute haben das massive Problem jetzt halt, dass sie diese Singleplayer-Games auf der anderen Konsole mit ihrem Kronos nicht mehr spielen können, die ja für Multiplayer gar nicht relevant sind. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist aber nicht das Problem von Sony per se, sondern von allen großen Herstellern und Publishern, weil diese Games-exklusiv, und das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen, und da, also, da würde mich eure Meinung interessieren, aber ich glaube, die ist da relativ deutlich bei allen. Es ist Schmutz, dass die Art des Plastiks, die ich kaufe, ob jetzt Playstation oder Xbox, darüber entscheidet, welche Games ich zocken kann und unter Umständen mit welchen Freunden ich zocken kann. Ich verstehe, dass es gewisse Verträge gibt von, keine Ahnung, Gran Turismo oder sonstigen Games mit Sony oder Microsoft, aber ich finde es Schmutz und wir sind im Jahr 2024 und das Stück Hardware, was ich bei MediaMarkt kaufe, für meine 300 oder 400 Euro, entscheidet darüber, welches Spiel ich spielen kann, mit welchem Controller ich spielen kann und mit welchen Freunden. Und das, bin ich der Meinung, ist etwas, was längst überfällig ist, was überholt ist. Natürlich sind manche Games auch einfach Catcher für Käufer. Es gibt Leute, die kaufen sich eine Xbox nur wegen Halo. Es gibt Leute, die kaufen sich eine Playstation nicht wegen dem Controller, sondern nur wegen, ich glaube, Gran Turismo ist das, was nicht auf beiden Konsolen erscheint oder anderes Rennspiel, ich bin nicht 100% sicher gerade, oder Forza oder so. Es gibt auf jeden Fall immer für eine gewisse Game-Nische auch Leute, die eine Konsole und einen Entwickler nur deswegen supporten, weil eben dieses Game dort erscheint. Und deswegen bin ich der Auffassung, wird sich das so schnell nicht ändern, weil die Game-Entwickler, ob jetzt oder Konsolen-Entwickler, Sony, Microsoft, Nintendo, natürlich damit auch gutes Geld verdienen. Und wir wissen alle, wenn solche Konzerne Geld verdienen können, ist ihnen egal, was vielleicht besser für alle anderen wäre. Das geht wahrscheinlich vielen Unternehmern auf dieser Welt so, mir inklusive, um ehrlich zu sein, als nur das Wohlbefinden aller Spieler und sonstigen. Morgen, liebe Leute, gibt es das nächste Video. Es ist nämlich schon fertig. Ich wollte es eigentlich gestern releasen, aber es ging einfach zeitlich nicht. Und zwar reden wir über die neue Season, die jetzt nächste Woche kommt. Ich hoffe, das Video wird euch morgen gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen. Und wenn ihr keinen Kronos benutzen wollt oder nicht mehr könnt, das hier ist eine gute Alternative, um deutlich erfolgreicher zu sein, zu einem fairen Preis, mit einem tollen Partner, für den ich wirklich mit allem, was ich habe, stehe, weil es wirklich Spaß macht. Es ist eine geile Kooperation und ich hoffe, dass sie lange geht. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Und dich benutze ich morgen wieder. Haut rein! Und dich benutze ich morgen wieder.